Moin Moin Moin, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video. Du fragst dich, wie du deinen Abo-Status auf Öffentliche stellen kannst. Das zeige ich dir in diesem kurzen Video. Und zwar gehst du auf YouTube.com, dann gehst du rechts oben auf dein Profilbild und dann auf Einstellungen. Und hier auf der linken Seite Datenschutz und hier den Regler einmal nach links, so dass es grau ist, alle gespeicherten Playlists. Nee, das nicht. Aber hier, alle meine Abos als Privatmarkiererin einmal auf Grau machen, also nach links, nicht nach rechts, sondern nach links, so dass es grau ist und nicht blau. Bei Grau ist sein Status auf Öffentlich gestellt. Viel Spaß damit und danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.